guten tag leute hier spricht euer peter so leute hier war irgendwo hier ist noch eine tru rüstung aber ich würde nur gerne diese roma die truhe finden leute ist da unten die truhe ist da unten ist da und das ist alles problem wo können sie wie kommen wir dahin leute ich würde noch gerne bevor man die weiße freundin machen würde ich gern noch da neigehen ging gucke dass man auch noch auch mal hier schon wieder rein finden da unten ist genau hier wo man jetzt in da in dem bereich müsse irgendwo ein ding runter gehen aber man weiß echt nicht wo es runter geht leute das ist die große frage wo geht es da runter leute das ist die große frage wo geht es da runter leute ich weiß ich weiß echt nicht wo man da hingehen müssen wie man da hinkommen sollten ich weiß nicht wie man Das ist jetzt die große Frage, Leute. Wie kommen wir dann? Nein, wir müssen irgendwie noch was finden. Ja, das muss doch noch sein, Leute. Weil es kann nicht sein, dass man die Stellen nicht finden, wo man reinkommen, Leute. Irgendwo muss man doch reinkommen, Leute. Irgendwo muss man doch rein... Daher ist das Schwart im Viertel. Aber irgendwo muss man da, genau. Weil irgendwie ein Mucknerdach da runterkomme, Leute. Wo ist ein Schlüssel? Niemand den kriegen, den Schlüsseltypen. Okay. Ach, nicht schlecht, Leute. Weil da unten ist noch einer. Einer. Ja, das sind nur Schlange, Leute. Und hier müssen, glaube ich, auch noch zwei... Vier Schlange sind hier, Leute. Vier Schlange sind hier. Okay, die holen wir uns jetzt auch noch, Leute, die vier Schl... Dann haben wir noch ein bisschen Schlange-Eier. Und hier drinnen... Ja, ich weiß, hallo, kommt raus. Und hier ist noch Irrchen. Wie sieht er denn? Wo ist denn der? Wenn ich nochmal gucke, wo man denn... Wo der ist, der eine? Aber da sind hier viele... Da ist, der eine in der Wiese ist. Okay, hier sind sie. warte mal ein bisschen licht holen ah da ok ok ja oh mehr mehr schlangen eier das ist schon viel besser das wird langsam ja ich spüre es mehr mehr alter Schwede da kamen meine Innereien fast mit raus könnte ich nur sehen was jetzt oben geschieht mein Lohn bevor ich jämmerlich ersticke wie vereinbart ok hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Willen er war umwerfend ja da mal gucken was man jetzt bekommen dafür Leute bin mal gespannt der stinkdrank ok man jetzt einen stinkdrank bekommen und dann zwei Level oh es ist ein Level Up für Fähigkeit und ein Schlüssel Leute ok ok man Schlüssel gefunden Leute wenn ich gesehen werde gibt es Ärger dann in derzeit ist um es wird nicht und sie macht Oh Gott! Der Geruch! Ich muss... Mein Halt! Als hätte ich über den Salz hineingesträumt! Ok Leute, da ist ja... Genau Leute, da ist sie ja... Alter, ist sie heftig gewesen... Alter Schwede... Junge, Junge... Das war ja unser Verdienst, Leute! Ihr darf mich niemand sehen! Das war ja unser... Ein bisschen unser Verdienst, Leute! Das war ja ein klein bisschen unser Verdienst, Leute! Das war ja ein kleiner Verdienst von uns, Leute! Das war ja ein kleiner Verdienst von uns, Leute! Ok, wir müssen irgendwie reinkommen, Leute! Das war ja... Das war ja... Was ist das? 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 Okay, die kommen rein. Das heißt, wir müssen uns nur ein bisschen verstecken erst mal. Bevor wir mal den Schlüssel holen können, Leute. Ach, hier mein Kind schlüten, mein Kind, wo, wo, wo bin ich? Wir müssen jetzt abwarten auf die Walfon. Wir haben keine Bögen mehr. Okay, zwei kommen. Sehen die Hände. Ich muss hier mal den nächsten Schlüssel. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel gefunden. Aber den wichtigen Schlüssel haben wir immer noch nicht, Leute. Warte mal, so ist ja, so ist ja was, warte. Kann man irgendwo reinleihen? Wir haben jetzt zwei Schlüssel gefunden. 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 Und wir haben jetzt zwei Schlüssel gefunden. Wir müssen mal hier ein bisschen auf... Ok, das wird glaube ich sehr... Ich glaube das wird sehr laut... Sehr laut werden, Leute. Ok, wenn keine Pfeile mehr... Okay, wenn keine Pfeile, müssen erst noch Pfeile finden, Leute. Wir müssen Pfeile finden, Leute. Wir müssen Pfeile erst mal finden, Leute. Ein Pfeil haben wir. Okay, ein Pfeil haben wir jetzt, Leute. Wir haben einen Pfeil. Dann könnten wir jetzt wirklich da benutzen, Leute. Okay, jetzt haben wir es gefunden, Leute. Okay, Vorräte finden wir wahrscheinlich. Vorräte haben wir genügend, Leute. Vorräte, die ganze Vorräte. Aber das Teil weiß ich immer noch nicht, wo wir da hinkommen. Wir haben jetzt... Wo ist die Rüstung? Wo ist die Rüstung? Wir haben den Schlüssel. Ich weiß nicht, wo wir da runterkommen. Genau hier ist die Truhe. Etwa hier. Hier drunter. Hier unter dem Ding ist die. Aber... Man kommt da nicht rein, Leute. Das ist die Truhe. Und sonst wüsst man nicht... Nur da hinten... Unter dem Haus ist die Truhe. Aber man weiß nicht, wo man rein muss. Es muss ja irgendwo... ...ein Eingangs gehen nach unten, Leute. Da drinnen... Da drinnen... ...war mein... War man da drinnen schon? Ich glaube, da drinnen war er mal noch nicht, Leute. Ich glaube, da drinnen war er noch nicht, Leute. Aber da drinnen war er noch nicht, Leute, glaube ich. Da drinnen war er noch nicht. Da drinnen war er noch nicht. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Die müssen auch wieder an den Einschränkungen gefunden werden. Okay... ...hier sind aber hier. Aber hierr kommen Ok, komm mal da irgendwo... Irgendwie nicht irgendwas immer. development vídeos centers. Ich muss hier 8-Jährchen wohnen. Hier muss hier 8-Jährchen wohnen. Ich weiß nicht, wo wir hier runter müssen. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hier hinkommen. Wenn wir die Rüstung nicht kriegen. Woher die Rüstung nicht? Okay Leute, hier gehts in die neue. Aber Leute, diese Dinge werden wir erst beim nächsten Mal weitermachen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG bis demnächst.